Wir waren weg, wir sind wieder da und dann sind wir durchgestartet und ich glaube, das ist es. Du musst meine Erbe weiterführen, Mau. Mein Hotel. Betreute rausreißen. Das all-inclusive Sex and Drugs and Rock'n'Roll Experience Package. Bis du deppert wirst. Wie lehnt ihr denn Rock'n'Roll? Verstehst du, wir müssen ein bisschen Gas geben? Was ist denn das bitte? Wir nehmen dann bitte ein Zimmer mit Hund. Wir haben keinen Hund. In der Nacht ist alle da voll! Du hast die Bank geknackt, ohne dass du mir vorher was davon gesagt hast. Ich nehme jeden Tag 20 verschiedene Pulver. Ich bin so zu, wie sie mein ganzes Leben noch nicht boh. Ich bin vollkommen Müll in der Beeren. Joshi, ich hole dich da raus. Das ist doch die Gretchenfrage. Wie hältst du's mit dem Rock'n'Roll? Ich hab drei von dieser Kebab-Aufstrich-Brote gegessen und bin derart betoniert? Ich habe ein bisschen Zeit. Ich habe keinen Sinn. Wir müssen die Kebab-Aufstrich-Bildo sein.